Buch. Investieren Sie in Mauritius. Besuche Mauritius. Autor. Celso Salles. Afro-brasilianische Schriftstellerin, Forscherin, Kultur- und Sportorganisatorin. Aktivatoren politischer Strategien und des Austauschs zwischen afrikanischen Ländern und der Welt. Ein attraktiver und blühender Geschäftsstandort mit einer unvergleichlichen Lebenskunst. Mauritius ist das perfekte Zuhause für die Bürger der Welt. Die Insel wird international oft als Stern und Schlüssel des Indischen Ozeans bezeichnet. Stern für seine strategische Lage im Netz der Luft und Sehbiege zwischen Asien, Europa und Afrika und als internationales Finanzzentrum der Exzellenz, das Geschäftsmöglichkeiten und Zugang zum afrikanischen Kontinent eröffnet. Mauritius hat das vorteilhafteste und attraktivste Geschäftsumfeld in der afrikanischen Region südlich der Sahara. Politisch stabil und vollständig gesichert, erzwingt auf der Insel ein starkes, unabhängiges, hybrides Justizsystem, das auf dem französischen Zivilgesetzbuch und dem britischen Rechtssystem basiert. Es hat starke öffentliche und private Unterstützungs- und Kollaborationsinstitutionen und eine funktionierende Demokratie mit einer freien Presse. Mauritius gehörte zu den 21 Ländern, die von der Economist Intelligence Unit im Jahr 2022 als volle Demokratie eingestuft wurden, und ist das einzige Land in Afrika, das als solches betrachtet wird. Die lokalen Arbeitskräfte sind zweisprachig, oft dreisprachig, wobei Englisch und Französisch die Hauptsprachen sind, die zusammen mit dem Einheimischen kreolisch verwendet werden. Die Alphabetisierungsrate liegt bei etwa 93 Prozent. Die Öffnung der Wirtschaft hat sich positiv auf die Wachstumsrate des Landes ausgewirkt, mit einem verstärkten Transfer von Technologie, Wissen, Talenten und Kapital. In seinem Streben, eine einkommensstarke Wirtschaft zu werden, fördert Mauritius aktiv ausländische Talente, Know-how und Investitionen in das Land. Ob sie ein Investor, ein Profi, ein Selbstständiger oder ein Pensionierter Nichtbürger sind, es gibt eine Reihe zwingender Gründe, Mauritius als ihren Standort für Geschäftstätigkeit und Leben zu betrachten. Ausländer, die auf Mauritius arbeiten, leben oder in Rente gehen möchten, können verschiedene Wege beschreiten, entweder durch die Berufserlaubnis, die Aufenthaltserlaubnis oder die unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Mauritius ist das ideale Urlaubsziel, um der Natur näher zu kommen. Get closer to nature.